moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video mein name ist carpacking design und damit starten wir direkt durch ich habe vor ein neues also einen neuen content auf meinen kanal zu bringen bedeutet reaction auf andere youtuber wie gesagt hier sind hier ist quasi ein youtuber den ich sehr gerne pushen möchte und dementsprechend wie gesagt vorschläge für den kanal etc blablub geben möchte er spielt auch car parking ist nicht wirklich so aktiv was aber auch nicht schlimm ist was man auch nicht sein muss ja ihn hier möchte ich gerne supporten und auch mit reaction videos überhäufen ich gucke mir dann die videos an äußern mich dazu zum beispiel das hier new update car parking 4.8.8.8 dieses video werde ich definitiv reaction das problem ist ich hatte schon react aber das problem war einfach nur die tonqualität war einfach so hart vor den arsch das hat einfach hinten und vorne nicht gepasst deswegen werde ich dazu in den nächsten tagen was hochladen was ich zu sagen möchte ich habe meine videos immer alle drei tage hochgeladen die reaction videos werden unabhängig von meinem zeitplan hochgeladen wenn er aktuell ein neues video hochgeladen hat werde ich persönlich darauf so früh wie es geht darauf eine reaction machen ein statement dazu geben und das video versuchen zu bewerten und dann ja somit ein bisschen mehr content und unterhaltung zu bieten nicht nur stumpf car parking sondern auch in einem blick in andere deutsche youtuber die car parking versuchen zu unterstützen wo sie können und selber auch schneiden und whatever und hier ist ritzers gp ich glaube ich habe es komplett beschissen ausgesprochen einfach vor den arsch aber ich hoffe ich lerne den namen besser auszusprechen und genau dieser dude hier der wird für die zukunft mein reaction content darstellen also seid gespannt ich bin auf jeden Fall gespannt was er noch für videos raushaut ich würde mich freuen wenn ihr ein abo und like und däumchen hoch lässt oder wenn ihr seine videos sogar kommentiert und das würde ihn natürlich supporten und mir wird es natürlich auch helfen wie gesagt es gibt nicht viele youtuber für deutsche car parking szenarien deswegen bin ich einer mit pipi pause einer der wenigen die wirklich versuchen durchzuziehen wir wissen hat pipi pause ja schon aufgehört wegen schule wo er meinen höchsten respekt dafür hat weil er wegen schule ein gutes hobby aufgegeben hat und ich denke mal so schnell werden wir ihn dann nicht mehr wiedersehen und genau umso wichtiger ist es andere dies versuchen zu pushen und ich möchte ihn ermutigen konstant content zu liefern in dem er sieht oha ich werde gepusht sogar von einem anderen und hast du nicht gesehen oder gibt mir tipps etc blablabla und ja das ist wie gesagt mein neuer content reaction auf andere youtube videos von einem anderen youtuber und ja ich hoffe es wird euch sehr unterhalten in der zukunft und ja dann würde ich sagen lasst bei ihm und auch bei mir ein like da abonniert die glocke whatever und dann würde ich sagen wir sehen uns bis zum nächsten video euer kabin ging kabin ging sprachen lernen kabin ach digga leckt mich doch am arsch ciao